Als wir 2001 zum 700-jährigen Stadtjubiläum von Heiligen Beil dort waren und haben dort auch Ausflüge unternommen, auch ans Haft natürlich, da sind mir viele Gerüche und auch atmosphärische Situationen wieder sehr deutlich aus der Erinnerung hochgestiegen. Und in Heiligen Beil haben wir dann natürlich auch unser ehemaliges Grundstück und Haus besichtigt. Meine jüngste Schwester, die eben jetzt auch wieder mit war, die ist schon mal ein paar Jahre früher dort gewesen und wusste auch, dass die Grundmauern des Hauses noch da sind. Und als wir dann da so rumgingen, rumstanden, kam ein LKW, so ein etwas rumpeliger LKW da angefahren, ein junger Mann stieg aus, kam auf uns zu und wir dachten, was will der dann, begrüßte uns aber recht freundlich. Wir haben vermitteln können, dass das mal unser Grundstück war, was er wahrscheinlich auch ahnte, denn warum sollen da drei Leute so etwas wehmütig, traurig auf so einer Ruine rumstehen. Und er machte uns deutlich, dass er jetzt Eigentümer dieses Areals sei. Mit Händen und Füßen hatte er uns gefragt, ob wir auch in dem Hotel wohnen. Da haben wir Ja gesagt. Und dann hat er uns vermittelt, dass er am Abend wiederkommen würde mit jemandem, der Deutsch kann. Und tatsächlich am Abend erschien er dann auch mit einem ganz jungen Mädchen, also 14, 15 Jahre. Naja, und dann haben wir uns so ein bisschen mit denen da so unterhalten. Und dann hat er gesagt, ja, er wollte das Haus auch wieder aufbauen. Und dann habe ich gesagt, naja, da könnte ich ihm ja helfen, wenn er das auf den alten Grundmauern aufrichten will. Ich habe auch die Hauspläne noch dazu. Die hatte mein Vater mit auf die Flucht genommen und die hatte ich mitgenommen, auch jetzt zu diesem Besuch. Und tatsächlich, er hat das Haus in den äußeren Maßen genau auf die Fundamente gesetzt. Das Haus ist wirklich fast identisch, doch unserem sehr, sehr deutlich nachempfunden. Ich kann sagen, dass wir auch in der erweiterten Familie, außer dass meine Großmutter offensichtlich ja auf der Flucht verstorben ist, keine ganz wesentlichen menschlichen Verluste. Mein Vetter hat einen Arm verloren, ein Onkel kam mit schwerer Ruhe aus dem Krieg zurück. Aber letzten Endes ist unsere Familie recht gut durch den Krieg gekommen. Also das heißt, was die körperliche Unversehrtheit anbetrifft, inwieweit seelische Verletzungen da sind, das kann man natürlich nur schwer einschätzen. Und das ist, was die körperliche Unversehrtheit anbetrifft, inwieweit seelische Verletzungen da sind, das kann man natürlich nur schwer einschätzen. Und das ist, was die Körperliche Unversehrtheit anbetrifft, inwieweit seelische Verletzungen da sind,